Ich sehe jetzt da hinten noch eine Katze, die heißt Frankie the Cat. Was kann die? Frankie the Cat habe ich jetzt hier vorne mit dabei und Frankie the Cat, wie wir es auch wissen, so Katzen haben halt verschiedene Gemütslagen und die haben ja auch schon ein bisschen vorprogrammiert. Jetzt bin ich hier auch mit drin und bei Frankie ist es halt wichtig sozusagen zu wissen, dass sie auf Funktionen reagiert. Wenn ich sie zum Beispiel auf die Seite lege, auf den Rücken lege, auf den Arm nehme, reagiert sie verschieden. Und wenn ich jetzt hier mal drauf schaue, ich habe hier zum Beispiel eine Funktion, wo sie schnurrt, wo es ihr gut geht, also die Herzchen oben dran, dann hier ist sie sauer, dann hier will sie zum Beispiel schlafen und die kann ich halt durch verschiedene Möglichkeiten aktivieren. Okay, ich bin gespannt. Dafür gehe ich auf Play und wenn ich jetzt zum Beispiel die Milchflasche ihr gebe, also von vorne, wenn sie die Milchflasche bekommt, dann freut sie sich natürlich. Oh, sehr aktiv. Aber wenn ich ihr die Milchflasche falsch rumgebe, weil dann kann sie ja nicht draus trinken, das ärgert sie besonders. Oh. Also das darf ich auf keinen Fall machen. Hat die hier Kameras drin oder wie kann man das verstehen? Sensoren oder Kameras? Man sieht hier vorne einen Sensor mit dabei und diesen Sensor, die erkennt das, sie hat jetzt zum Beispiel direkt auf meine orange Haut sozusagen. Okay. Also weil die ja doch orange ist, mit einem wohligen Gefühl, weil sie was zu trinken bekommt, weil die Milchflasche auch orange ist. Also sie kann dann wirklich die Farbe unterscheiden, darum geht es dann in dem Moment. Und was ich auch noch machen kann, ist zum Beispiel, sie erkennt, ob sie auf dem Rücken liegt und jetzt schläft sie zum Beispiel. Und wenn sie dann genug hat vom Schlafen, kann ich sie auch auf den Arm nehmen, das gefällt ihr natürlich. Oh, jetzt schnürzt sie. War ein wunderschöner Einblick in die neue Welt von Lego, hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Tschüss. Danke.